Meine Damen und Herren, ich gehe von der Bühne wieder weg und Sie haben heute die einmalige Gelegenheit zu spenden mit Musik. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier im Kaisersaal bei dieser Spendenaktion dabei sein darf. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, ich habe mir einige Stichpunkte gemacht und möchte gerne von Ludwig van Beethoven ein bisschen Musik spielen. Und eines seiner schönsten Stücke, die ich eigentlich finde und die eigentlich auch jeder kennt, ist das mit dem verlorenen Groschen. Ja, man kennt diese Melodie. Und das ging ja gar nicht damals um diesen verlorenen Groschen, sondern lediglich darum, dass also Geld abgewertet wurde. Ja, das gab es damals auch schon. Und ich habe versucht, aus diesem Stück ein anderes Stück, mein Stück zu machen mit diesem Thema. Und das würde ich als erstes gerne spielen. Ja, 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 das würde ich als erstes gerne spielen.